Guten Abend meine Freunde, ich heiße Hank und ich lerne Deutsch mit Add One Challenge. Heute ist 60 Tage und ich lerne Deutsch für 40 oder 50 Tage. Und ich spreche viel Deutsch, ich lerne viel Deutsch. Ich habe eine neue Webcam gekauft, die Qualität ist besser und alles ist gut. Ich habe fünf Kilo Kiwi gekauft. Und wenn Kiwi kaufe, der gibt mir eine Broschüre. Der Bauer gibt mir eine Broschüre. Und Kiwi ist eins gesund. Und eins gesund opt. Und ja, hat deine Nummer. Und alles ist gut. Und die Kiwi sind... Und ja, schmeckt gut. Ich lerne mit meinem Spielzeug. Mein Spielzeug heißt Flashticks. Und Flashticks sind Post-Its mit Deutsch. Und mein... Hat viele Flashticks. Und ja, Flashticks hat eine App auch. Und mit... Mit die App... Wenn ich ein Flashticks sehe, ähm... Wenn die App ein Flashticks sehe, äh... gibt mir... ähm... Deutsch Spiele... Spiele... Sprecken. Ja... Und das ist gut. Und ähm... Ich lerne Deutsch auf YouTube. Deutschland YouTube. Deutschland YouTube hat viele... Ähm... Viele... Video. Kein normales Video. Ähm... Ja... Deutsch Menschen... haben... Marihuana... in deinem Video. In der Hintergrund. Haben viele Marihuana. Und das ist interessant. Ja... Ähm... Ja... Der... Add One Challenge ist... Ist gut. Und ich spreche viele Deutsch. Ich lerne viele Deutsch. Ähm... Ich möchte... Ähm... Lernen... Deutsch auch. Und äh... Äh... Ja... Ähm... Sechzig Tag... Sechzig Tag... Ähm... Ja... Hat viele... Ich bin müde. Ich bin müde. Ich bin müde. Heute... Heute... Ich habe... Koreanisch. Ähm... Drei... Drei... Dreiseits... Ähm... Dreiseits gelernt. Und äh... Ja... Ja... Das ist gut. Ich... 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 Ich habe... Ein... Stipendium Interview gehabt. Koreanisch Stipendium. Der... Koreanisch... Regenum... Ähm... Gibt mir... Geld. Ich mochte... Ich mochte das. Ich mochte das. Ähm... Ich mochte... sp... Ich mochte... Lernen... Ich mochte... Sprakenwissenschaft. Sprakenwissenschaft... Ich mochte, lerne... Sprakenwissenschaft. Wo ich bin müde. Ähm... Ich bin müde aber... Ich lehne viel Deutsch mit AdWan Challenge und heute ist sexy Tag und Uli Malo Heiting! Ja, ich... Seid zu gehen und auf Wiedersehen!